Willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir werden uns heute mal wieder ein paar Setups anschauen. Lasst ja gerne bei dem Video hier ein Like da, 300 Likes wären Ehre. Jeder der jetzt ein Like für den armen Gary dalässt, bekommt morgen von seinen Eltern einen niegelnagelneuen PC geschenkt. Ich habe ein Like dagelassen und ich habe sogar am nächsten Tag wirklich ein PC bekommen. Aber meine Eltern haben mir ein PC gekauft, der ist von 1980. Ich wollte einen neuen PC haben und ich wurde so hops genommen. Und heidi alla. Das Wichtigste habe ich schon wieder fast vergessen und zwar habe ich wieder die Setup-Mail in die Videobeschreibung gemacht. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr wieder eure Setups einsenden und dann werden wir ab und zu wieder das Format, die besten Zuschauer-Setups bringen. Ich werde es jetzt so machen, dass ich jedes Setup, das eingesendet wird, auch im Video zeigen werde. Als erstes haben wir hier eine wassergekühlte PS5 und ich fand das von der Optik her so geisteskrank geil. Digga, der wandelt einfach seine PS5 in einen PC um. Ey, ich hätte so Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Aber Realtalk, braucht die PS5 eigentlich noch eine Wasserkühlung? Ich habe bis jetzt noch gar keine Probleme mit der gehabt. Wenn du bei der PS4 irgendwie COD oder so gespielt hast, da ist die manchmal abgehoben. Oder du hast gedacht, draußen landet ein Helikopter. Aber bei der PS5, ohne Scheiß, die ist lautlos bei mir. Nichts, ich höre gar nichts, lautlos. Jetzt hier im Vergleich die originale PS5 mit der selbstgebauten. Und ohne Scheiß, der hat einfach eine neue Konsole gebaut. Er hat einfach PS6 gebaut, kann man jetzt schon kaufen. Und auch von der Seite mit den LEDs, Digga, das hat schon was. Genau dasselbe hat sogar jemand damals mit der PS3 gemacht. Also ist jetzt keine neue Erfindung, dass man seine Konsole umbaut. Dazu muss ich sagen, die PS3, das da ist ja noch die komplett alte PS3. Die habe ich selber noch oben in meinem Schlafzimmer. Und das war die erste Konsole. Nein, stimmt gar nicht. PS2 war die erste Konsole. Das war die zweite Konsole, die ich jemals hatte. Und die war damals so teuer, als sie rauskam. Ich glaube, die hat 600 Euro gekostet. So teuer war halt noch nicht mal die PS5 dieses Jahr. Aber, lol, man denkt PC. Okay, das nächste Video heißt, dieser Gaming-Stuhl ist von der Zukunft. Ich bin mal gespannt. Ich habe meinen DX Racer, by the way, schon seit, boah, ich habe den seit vier Jahren, glaube ich. Und so langsam blättert dieses Kunstleder so ab. Vor allem hier, auf der Sitzfläche. Guck mal hier, sieht man das? Sieht man das? Boah, Junge, ist der schwer. Also, Paket ist ja schon mal größer, als meine Zukunft. Guck mal, wie groß ich bin, wie groß ich bin, als ob ich diese Koffe bin. Es ist so groß. Es ist so groß. Hä? Junge, was ist das? Die haben einfach einen Gaming-Stuhl genommen, haben ein Ü-Ei geöffnet, das Spielzeug rausgeholt und die eine Hälfte vom Schokoladenei um den Gaming-Stuhl gemacht. Boah, aber was haben die da für eine geile, für eine geile Gaming-Ecke. Junge, also LEDs sind da auf jeden Fall schon mal hier gut am Start im Hintergrund. What up? Hello guys, welcome back. Digga, da muss ich mich mal noch genau informieren, was die da für eine Wand haben. Das sieht ja anders geil aus. As you can see, we're back. I think this is the first video, is it the first video back? Junge, es nervt immer. Guck mal, das Video geht 10 Minuten, weil die kurz einen Stuhl zeigen. Dann zeig doch einfach. Bruder, also das macht ja wirklich überhaupt keinen Sinn, sich so ein Ding zu holen. Vor allem von hinten einfach, einfach wie ein Regenschirm. Weiß ich jetzt nicht, ne? Also der Stuhl, der nimmt allein schon so viel Platz weg. Da sehe ich mich null. Aber man muss sagen, ich finde den Raum, ne? 10 von 10. Was ist denn das hier für eine Wand? Also hier sind diese Nanoleaf-Dinger, okay. Dann was ist denn das hier? Das hier sind so Mini-Hexagon-Teile. Wechselt da die Beleuchtung, ist jetzt die Frage. Tell them the story behind it. So yeah, this is a collaboration with Bodega. And I'll give you some kind of specs, I guess. So the chair itself is based on the Alienware S5000. Ne, Digga, das ist so Quatsch, Alter. Hä? Junge, ohne Sinn. Aber man muss sagen, das Zimmer hier fühle ich von der Optik anders. Also beziehungsweise die Wände. Das ist so gut gemacht. Weil das sind ja auch solche 3D-Wallpanels. Nichts, nur halt nicht diese normale Optik, die wir halt kennen. Die gefühlt mittlerweile jeder benutzt. Und das da, finde ich, sieht sogar noch viel cooler aus. Also wenn jemand von euch die Teile da kennt oder weiß, wie die heißen, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Weil die würde ich mir sogar an die Wand klatschen. Die sehen echt cool aus. Ich finde die Beleuchtung in dem Zimmer absolut geisteskrank. Weil der braucht gar nicht ein normales Licht oder so anzumachen. Die LEDs reichen aus. Und das sieht dann so cool aus. Weil wir wissen alle, wie scheiße ein Gaming-Zimmer aussieht, wenn man da einfach ein normales Licht anmacht. Alter, was ein geiles Zimmer. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm diesen Raum da. Und vor allem, was ist denn das hier oben? Hat der jetzt extra... Also auf den ersten Blick sieht es hier aus wie ein Fernseher, der da hängt. Und da läuft irgendwie so ein Hintergrundbild. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man halt, dass es da auf keinen Fall ein Fernseher ist. Ich glaube, dass da ist ein Projektor. Ja, ist ein Projektor. Man sieht es hier unten noch. Der da hinscheint. Coole Idee eigentlich. Digger, erklär mir bitte, wo du die Matten da her hast. Erklär es mir bitte. Die sehen so abnormal geil aus. So, was haben wir hier drin, Nene? So, this is going to be our TV setup. We're actually going to use this when we're like shooting YouTube videos. Our camera can hook up to it and we can directly see ourselves when we're filming over here in the space bar. So, it's gonna be a great way to see what's going on. Also eher weniger zum Fernsehschauen oder so gedacht. Yes, we've got the USB LED strips on the back of there, which are shining light on 2D panels. And there we've got the LED strips up lighting. Mann, also jetzt erklär doch mal hier das Wichtigste. Was soll denn das hier? Wen interessiert denn scheiß Fernseher und die Beleuchtung hinterm Fernseher? Ich will wissen, wo die Panels im Hintergrund her sind. Wenn er das in dem Video nicht sagt, ne? Junge, dann lasse ich aber direkt ein Dislike da. Oh, das kannst du dir nicht ausmalen. Jetzt zeigt er die Nanoleaf-Panels. Jetzt zeigt er ernsthaft die Nanoleaf-Panels und redet wahrscheinlich drei Minuten nur über Nanoleaf-Panels. Hier ist der Spacebar. Hier ist der Spacebar. Hier ist der, wo wir, ich glaube, die PC-Bilder und so machen. Wir müssen noch diese Panels hier machen. Wir müssen noch nicht Zeit machen. Wir müssen sie auf der Tablesau kümmern. Aber das ist für einen anderen Tag. Und dann müssen wir auch noch mal gehen, wo die Panels her sind. Und wir müssen noch mehr von diesen Panels her sind. Hier, Panels. Ich will gucken, wo die Panels sind. 3D-Wall-Panels, da sind sie. Oh, was? Der ist halt nicht verfügbar. Nein. Nein, Digga. Was soll das? Finde ich jetzt ein bisschen 31er. Die Matten sehen aus wie so ein abgespacedes Raumschiff. So aus so einem Weltall-Film irgendwie. Keine Ahnung, wie Star Wars oder so zum Beispiel. Ich wollte schon sagen, sehr clean. Aber die sind ja noch nicht mal angeschlossen. Also hier ist keine Tastatur, Maus, PC oder sonst was. Aber hier sieht man schon mal, wie so die Optik wäre mit den Matten. Und das sieht echt brutal aus, muss man sagen. Hier oben ist auch so eine Cyberpunk-Verpackung. Und genau sowas habe ich gemeint. Das sieht halt so aus wie in so einem Cyberpunk-Spiel. Und hier auch so mit der Weltraum-Optik. Das passt alles sehr gut. Ich finde hier die Tischplatte irgendwie so ein bisschen billow. Also hier würde wirklich am besten ein komplett weißer Stil reinpassen. Auf clean. Das da sieht so ein bisschen altbacken aus. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Ich sage es so, wie es ist. Wenn dieses Zimmer hier komplett ready ist, dann spielt das auf jeden Fall ganz weit vorne mit. Also ich finde, das da ist nochmal so eine Optik. Das hat man noch nicht gesehen. Und gefällt mir wirklich mega gut. Vor allem, das ist so 200er IQ, ne? Dieser Holzrahmen, der sieht nicht nur gut aus, sondern der hat auch noch eine Funktion. Und zwar kannst du da hinten dran die LEDs machen. Und dann hast du eine super indirekte Beleuchtung. Und gerade in Kombination mit den Matten sieht diese indirekte Beleuchtung einfach nur geisteskrank aus. Einer der besten Setup-Wände, die ich bisher gesehen habe, das hier. Ist jetzt erstmal nichts geplant, aber das da ist auf jeden Fall eine coole Idee, die man eventuell auch umsetzen könnte.